Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen wie man bei Atlas an die Ressource Kristall herankommt. Das ist ziemlich einfach für das müsst ihr einfach eine Klimp-Axt ausrüsten. Also die zwei Spitzhacken die ich hier ausgerüstet habe. Die kann man craften in der Werkbank. Die ist nicht wirklich teuer. Ihr braucht Fasern, Leder, Stein und Holz dafür. Und wenn ihr jetzt die ausgerüstet habt könnt ihr die Felswand hochklettern. Ich erspare uns das jetzt gleich, weil ich will euch gleich zeigen wo die Kristalle zu finden sind. Wie man sieht sind die gleich mal hier oben auf dem Felsen. Kommt an diese Stelle, weil hier müsst ihr wirklich nicht so hoch klettern wie an den anderen Orten. Klar könnt ihr da noch ein bisschen rumschauen und alles. Aber hier ist wirklich der niedrigste Punkt wo die Kristalle spawnen. Wie man die jetzt abbaut ist ganz einfach mit der Spitzhacke. Das kennt man ja noch vom Arc oder weiss auch nicht wo. Da baut man ja auch die Kristalle mit dem Spitzhacke ab. Und ja Leute, wenn euch das kleine Tutorial gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Ein Abo würde mich freuen. Und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. ... Untertitelung des ZDF, 2020